willkommen freunde zurück bei skyrim wir sind noch mit dem wasserkrug des initiaten unterwegs oder wie genau das hieß habe ich hier reingeguckt beim letzten mal könnte sein nehme ich mal mit wo bin ich gekommen geht da wir dahin müssen wenn der wegfall da oben stimmt ok ich habe nur noch kleines oha ich müsste mal wieder seelensteine äh seelen einfangen hier gehen allmählich die steine aus er hat kleine perle kann er mit den perlen machen aber hier ist ein bisschen aufdringlich ja wir müssen irgendwie darüber ist nur glaube ich hier sind war falsch eine jedes war ok hier wird runter was haben wir hier ok auch nix da sind wir herge...ja gut wir gehen einfach weiter einfach weiter hier ist niemand die sind alle weg hat der drache die alle platt gemacht ok was haben wir hier hier hoch gehen oh komm hier ist einfach nur ein haus ein seelenstein wie schön komm nehmen wir einfach mal mit hier nehmen wir das einfach mal mit sonst haben wir hier gerade gar nichts gut dann können wir weiter gehen Zig wo die...aah... ganzen hier in einem fels gebaut unten ist ein haus gucken was dran ist krank der heilung krank der heilung realen und titelloses buch band 3 das war sogar für eine quest das ist doch schon mal was wir haben ein buch für eine quest hier gefunden und 3 jetzt auf jeden fall noch mal 1 und 2 geben nur die frage wo die wohl sein mögen wenn ich jetzt da sind wir runtergekommen jetzt ist wahrscheinlich hier weiter sieht so aus hier unten ist dann nichts mehr nein da geht es wieder nur runter ok piranha ist auch da es ist immer wieder ein gegner da das wird euch eine leere sein hier draußen ist es so hell ich weiß nicht wie ihr das ertragen könnt alles eine frage der übung so und hier ist die höhle und zwar die gletscherspalte da müssen wir also da geht es also weiter aber ist hier sonst noch irgendwas von dahinten sind wir gekommen nein sieht nicht danach aus ok dann rein hier was wie kann es sein dass wir hier im wasser stehen stehen und wenn wir rausgehen dass da noch nicht mal der fluss ist egal so was sollte man nicht hinterfragen ich glaube hier wird es alter es wird zeit die waffe zu wechseln ja der troll erledigt die für uns nein wir haben den troll erledigt na gut ich weiß es hätte versucht uns zu töten aber dennoch ok wir kommen wir ja perfekt zwei seelen schon mal wieder eingefangen eine mitnehmen da sind noch mehr hier liegt der troll brauchen wir nicht brauchen wir alles das brauchen wir nicht ach der troll der toller trollfett komm runter da oben steht da da oben stehen welche hier habt ihr uns noch nicht gesehen schleichen wir uns mal vorsichtig näher hier ist nichts das geht nicht gerade die stabilste konstruktion hätte ich von diesen kreaturen auch nicht erwartet das geht 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 ist das das ist da ist der bogen das geht das geht das das ist hier haben wir noch eine wunderschöne truhe stehen hier haben wir noch eine wunderschöne truhe stehen nichts da ist nichts ok und schleichen wir mal weiter voran durch die eishöhle und los mit dem bogen an ein stallag äh das geht von oben genau da mieten sind die die von unten nach oben wachsen so was haben wir denn hinter dieser tür das das hier ist aber erst mal eine falle sehr nett mit ansatz wäre sie besser waren können aufzustellen zu bauen eine merkwürdige rasse dieser falle es ist so still hier der hat uns nicht gesehen werden wir uns gleich mal von hinten anschleichen da kommen wir zeigen wir uns mal von hinten an ihn heran und wir haben eine weitere seele gefunden ok hier ist nichts da steht noch eine truhe mal schauen was da so drinnen ist bisschen gold jetzt ist da auch einer hingegangen davon aber keiner da ist er da naja lassen wir ihn lassen wir den holen wir uns den noch da sind zwei stück drin da steht noch einer serana ist gerade hier runtergefallen hey hallo ist das jetzt ein schlechter scherz oder da oh hei da da bist du da wo kommst du denn her da 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 Das muss nicht wahr sein. Die anderen haben nichts mitgekriegt. Äh, ich... Der ist hier wieder! Oh, Gott sei Dank! Ehh... Äh... Oh, Gott. Oh, Gott. Toll! Toll! So, das nehmen wir mit. Wo lag der andere? Hier. Die hat das Vieh besch... Pass auf, dass du nicht wieder runterfällst. Habe ich echt nicht nochmal gebrochen. Eine kleine Truhe. So. Hier, die Falle ist schonmal ausgelöst worden. Das ist einer. Der ist weg. Wunderbar. Eine Pfeile mitnehmen. Die haben schon schon mal. Und der. Es sind noch andere Pfeile. Gut. Wir müssen da lang. Deswegen gehe ich erstmal nach unten. Wer ist da? Da lief doch vorher noch einen, da wusste er. Da hinten ist er hingerannt. Na egal. Oh, ein Seelenstein. Ist erstmal egal. Mal schauen, was hier unten jetzt ist. Mal gucken. Mal schauen, ob hier unten noch irgendwas Vernünftiges ist. Auf jeden Fall dann geschossen. Eine Truhe haben wir hier. Sogar zwei Truhen. Okay. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Gold. Noch mehr Gold. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist noch runter. Okay. Das ist jetzt doch der richtige Weg. Naja. Ja. Das sieht so aus. Na gut. Ich würde mal sagen. Das war's für heute. Achso. Jetzt sind wir hier unten. Wartet mal. Wo waren es noch? Oh. Oh. Ähm. Schwimm mal eben hier rüber. Oh. Ich bin untergegangen. Schau. Ja. Hier. Das hier. Okay. Komm. Die holen wir uns noch. Die holen wir uns hier noch. Boah. Okay Dann würde ich mal sagen Das soll es für heute gewesen sein Wir machen beim nächsten Mal hier weiter Und ich würde erstmal sagen Bis dann Und Ciao